komische zeiten im klemmbausteinland youtube hat mir einen play button geschickt und da stelle ich mir die frage wieso einen play button haben wenn man auch zwei haben kann high five freunde willkommen in den open klötzchen scheune mein name ist blogs out ja ohne witz youtube hat mir einen play button zukommen lassen aber wahrscheinlich anders als ihr denkt und das high five programm von youtube hat damit etwas zu tun und natürlich haben auch klemmbausteine etwas damit zu tun und ich habe nicht wirklich nur einen play button bekommen nein ich habe auch aus der community anlässlich meines 10.000 abonnenten stand es auch ein play button bekommen und darüber freue ich mich fast noch mehr als über den von youtube die wahrheit liegt natürlich wie immer auf dem bautisch daher lade ich euch jetzt ein diese beiden pakete mit mir gemeinsam zu erkunden ja freunde da liegen beide pakete mit youtube bezug auf meinen bautisch einmal das aus der community und einmal das wirklich von youtube ich finde das hier hat einen höheren stellenwert das schauen wir uns gleich gemeinsam an wenn wir uns in die augen schauen deswegen heben wir uns das beste zum schluss auf und besprechen einmal das päckchen von youtube es ist wirklich von youtube beziehungsweise einer return address robert guy service limited aus london deswegen musste ich auch hier international tracked und signed von der royal mail musste ich mit meinem personalausweis zur post und dieses ding hier abholen ich dachte schon ich wurde geblitzt warum auch high five dieses inhaltsstück hier hat etwas mit dem youtube partnerprogramm und mit dem high five programm von youtube zu tun ich mache es mal auf und wenn wir es in der hand haben dann reden wir genau darüber ich weiß nämlich fast drin ist ein kleiner karton der ihr hört es schon sich nach klemmer stein anhört und in der tüte hier drin ist auch nichts weiter ich werde sie aber auch bewahren ist eine gute versandtüte ja wir haben hier einen weißen unschönen nach team aussehenden kleinen karton den ich jetzt mal auf mache dazu benötige ich noch nicht mal eine schere und ihr seht da drin sind klemmer steine nicht von lego das sieht man schon auf den noppen den hersteller kann ich jetzt so gar nicht erahnen warnung um erstellungsgefahr zu vermeiden halten sie diese tasche von babys und kindern also ganz interessant ich glaube hier liegen 108 steinchen von klemmer steinen die und jetzt kommt es zusammen einen play button ergeben aus dem high five programm von youtube kurz zur geschichte youtube hat sich bei mir bedankt dass ich partner bin bei youtube ihr wisst vielleicht seitdem ich 5000 6000 abonnenten habe ist mein kanal auch monetarisiert und youtube hat sich quasi im rahmen des partnerprogramms jetzt nach 5000 abonnenten mehr bei mir bedankt es kam eine e mail bei der ich mir als goodie entweder youtube smarties oder ein klemmer stein gewordenen play button aussuchen durfte aufs haus von youtube und natürlich als klemmer stein youtuber oder content creator habe ich mir diesen play button hier ausgesucht und da seht ihr es auch schon hashtag youtube high five wir schauen mal kurz in die anleitung rein die ist sehr 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 klein liebe freunde wir haben hier bau step 1 bis bau step 36 bis wir unseren play button fertig haben ich hoffe ich kriege in dieser zeit genug fakten für euch unter ich wünsche euch jetzt erst einmal viel spaß bei der fakten zeit und mir beim klemmen den rest dann später wenn wir aus diesen play button anschauen speed bild zeit ist fakten zeit und wenn wir hier schon einen youtube play button bauen der sogar von youtube kommt lasst uns doch ein bisschen über die geschichte von youtube reden im jahr 2005 mitten in der ära des aufkommenden web 2.0 war das internet noch eine ganz andere welt als heute soziale netzwerke waren noch in ihren kinderschuhen und der austausch von videos im netz war alles andere als selbstverständlich genau in dieser zeit am 14 februar 2005 wurde youtube gegründet eine plattform die die art und weise wie wir heute medien konsumieren revolutionierte die gründer von youtube chat hurley steve chen und javid karim waren ursprünglich mitarbeiter bei paypal dem online bezahl dienst ihre idee war simpel aber visionär sie wollten eine möglichkeit schaffen wie menschen videos ganz einfach online teilen können es gab bereits erste video plattformen aber youtube sollte eine benutzerfreundliche zugängliche und vor allem schnelle lösung bieten anfangs war youtube als eine art digitales video tagebuch gedacht auf dem jeder seine persönlichen clips hochladen konnte der erste jemals hochgeladene videobeitrag war von javid karim selbst mit dem titel me at the zoo ein kurzes und spektakuläres video das gerade mal 18 sekunden lang war wer hätte damals gedacht dass dieser kleine moment in der geschichte des internets den grundstein für eine welt um spannende plattform legen würde die ersten jahre von youtube waren von schnellem wachstum geprägt bereits im jahr 2006 nur ein jahr nach der gründung wurde youtube von google für unglaubliche eine milliarde 650 millionen us-dollar gekauft das war eine der größten akquisitionen in der geschichte des internets und unterstrich das enorme potenzial das in der plattform steckte doch was genau machte youtube so erfolgreich zum einen war da die einfache bedienbarkeit nutzer mussten keine technischen kenntnisse haben um ihre videos hochzuladen und die plattform ermöglichte es jedem inhalte zu konsumieren die sie interessierten sei es musik tutorials comedy oder sogar nachrichten zum anderen spielte der soziale aspekt eine entscheidende rolle youtube bot den nutzern die möglichkeit ihre videos zu kommentieren zu teilen und zu liken eine funktion die den austausch und die interaktivität förderte im laufe der jahre nahm youtube immer mehr formen an zunächst war die plattform vor allem für amateur videos bekannt aber schnell wurde sie auch zu einem ort für professionelle inhalte große medienunternehmen und musiker erkannten die reichweite der plattform und begannen ihre inhalte dort zu veröffentlichen und auch die youtuber influencer die ausschließlich auf youtube aktiv sind nahmen eine immer wichtigere rolle ein sie schufen eigene communities und brachten die plattform in die welt der unterhaltung der bildung und so gar der politik heute fast 20 jahre nach seiner gründung ist youtube eine globale institution die von milliarden von menschen weltweit genutzt wird täglich werden millionen von stunden an videoinhalten hochgeladen und angesehen youtube ist nicht nur eine der beliebtesten websites der welt sondern auch ein wichtiger bestandteil der modernen kultur geworden sei es durch virale videos die musikindustrie oder die unzähligen bildungskanäle die millionen von menschen auf der ganzen welt zugang zu wissen verschaffen aber youtube ist nicht nur ein unterhaltungsgigant die plattform hat auch die art und weise wie wir informationen konsumieren verändert sie hat die bedeutung von user generated content hervorgehoben und eine völlig neue art des journalismus und der nachrichtenvermittlung ermöglicht menschen können ihre geschichten teilen ihre talente zeigen und sich selbst eine weltweite bühne bieten ganz ohne große produktionsfirmen oder fernsehstationen im rücken und auch heute ist youtube noch nicht am ende seiner entwicklung angekommen mit innovationen wie youtube shorts eine antwort auf tik tok und ständigen updates zur verbesserung der nutzererfahrung bleibt youtube auch in zukunft ein zentraler teil der digitalen landschaft fazit was als kleine einfache plattform begann hat sich zu einem gigantischen netzwerk entwickelt das täglich millionen von menschen auf der ganzen welt verbindet und ihnen ermöglicht ihre stimme zu erheben zu unterhalten und zu lernen youtube ist mehr als nur ein video portal es ist ein kulturelles phänomen dass die medienlandschaft für immer verändert hat nach zehn minuten ist er fertig unser play button von youtube quasi ein short mehr kann man dazu ja nicht sagen was ich ganz cool finde ist schaut euch mal die schattierungen der steine an die sehen wir hier auch auf der anleitung gedruckt diese schattierungen also youtube sagt hier auch wirklich eindeutig hey das hier ist kein lego hoffentlich bekommen die da keinen ärger ich finde es interessant dass die anleitung obwohl sie so ja sag ich mal qualitätssparend gedruckt ist klammer gebunden dass wir hier trotzdem wirklich hier diese schattierungen erkennen es ist ja wieder typisches china rot bei den bricks wer weiß woraus diese steine hergestellt wurden also nicht aus abs das weiß ich auch sondern von welchem hersteller diese kommen der darf mir das gerne in die kommentare schreiben sie sehen relativ gut aus für china rot ihr wisst ich bin kein china rot fan aber trotzdem haben wir schattierungen die klemmen sehr sehr gut bekommen wir gleich darauf zu und sind mäßig bis gar nicht zerkratzt das ist hier unten so los ist absicht zeige ich euch gleich ja die anleitung ist noch mal ganz wichtig die finde ich ganz gut zu lesen wir klemmen drauflos jetzt nichts umrandet feile weisen uns den weg so mag ich dass diese hier sind gelb und wir sehen auch kleine zahlen wie oft wie einen bau step machen müssen hier kriegen wir sogar anweisung von feilen ist zu drehen nein hier steht zum beispiel zweimal und hier ist auch der teil mit den zweimal dreier teils mit den fliesen blau umrandet also ganz hübsche kleine anleitung die es mal vielleicht zu digitalisieren gibt ich finde es echt interessant geht auf meinen anleitungshaufen gucken wir uns aber die steine an und ich habe ja gesagt ich habe mit absicht es etwas lose gemacht weil ich finde man kann es ganz gut und ihr seht es ganz richtig gut als sparbüchse benutzen denn von innen ist das ding hol und ich habe es mit absicht abgemacht weil ihr seht hier schon eine interessante bautechnik wir bauen nämlich quasi von außen über brackets nämlich die an der seite hier das ding erst fix und fest weil wir hier keine noppen haben also quasi bau richtungsumkehr hier über die brackets an der seite und das wäre eigentlich der bessere weg gewesen um euch zu zeigen wie man hier dieses teil öffnet um aus dem play button vielleicht ein geheim versteck zu machen für die youtube millionen oder für kaugummis geld etc ich finde es einen lustigen kleinen gag von youtube hier dass ich mir meinen eigenen play button bauen durfte der kommt ins regal und wie gesagt hier sieht man so ein bisschen die china farb nuancen die unterschiede im rot was mich auch interessieren würde ist ob die steine nicht wirklich alle ja selbst sind weil es sieht so aus als hätten wir hier steine ich glaube dieses lobs da bin ich aber nicht ganz firm drin dass das von lego geschützte steine sind nicht dass youtube hier selbst verschickt die eigentlich gar nicht legal sind das ist ein kleiner spaß ist mir egal ich finde es cool diesen kleinen lustigen play button zu haben schreibt mir dazu mal eure meinung in die kommentare und jetzt liebe freunde stelle ich die kamera um wir schauen uns in die augen denn es gibt ja jetzt noch den play button der community und der ist was ganz besonderes es lohnt sich also dran zu bleiben ja freunde da ist das video schneller zu ende als so mancher durchgewischte short feed auf meinem kanal ich habe euch auch ein bisschen angeschwindelt denn ich habe ja nicht nur einen play button nein ich habe ja auch vor geraumer zeit schon mal von meinem lieben freund patrick laschet aus luxemburg schon mal einen play button bekommen hier mit meinen bauzimmer ganz ganz lieber netter move von dir patrick dankeschön und liebe grüße nach luxemburg also habe ich 123 play button denn der liebe matthias von bricht for you ein cooler klemmer stein kanal der sich mostly um lokomotiven dreht hat mir auch ein kleines päckchen zukommen lassen anlässlich meines 10.000 abonnenten statuses bei youtube und wir schauen mal rein ich habe natürlich einmal aufgemacht aber richtig reingeschaut habe ich noch nicht ich sehe hier schaumstoff und von hinten sehe ich hier klemmbausteine aber ich habe hier ein brief den schaue ich mir mal an ich denke mal ich darf den vor lesen es ist polnisch das passt zu kobe ich werde jetzt einmal ganz schlecht vorlesen und ihr bekommt es dann hier eingeblendet auf deutsch gratulatio blogs da laponat 10.000 subskript bento youtube marsch britzig ort waren wir kolorach kamuflatsch youtube und kamuflatsch das kann ich mir vorstellen youtube super ski und gratulatio ihr könnt ihr gerade lesen was das heißt ich schaue mal ich sehe hier ich glaube ich weiß was er meint es ist ein bisschen kaputt gegangen ich glaube ich habe hier meinen eigenen getarnten play button von bricht for you bekommen vom lieben matthias da unten sogar mit blogs da richtig cool hier ist der stand dafür und haha so ist glaube ich richtig geil schaut mal ein getarnte play button mit stand ich frage den karton mal zur seite den kann man gut gebrauchen und ja ich habe ich noch nicht richtig eingerastet so tada jetzt habe ich drei play button von einem guten freund von der community die genauso sind wie ein guter freund euch allen stellvertretend hier danke durch matthias vielen lieben dank für euren support und auch ganz nett von youtube dieser plattform dies überhaupt ermöglicht dass ich euch hier mit klemberstein videos nerven darf fühlt euch geherzt 10.000 grüße an euch alle vielen lieben dank für eure unterstützung ich wünsche euch nur das allerbeste bleibt gesund wir sehen uns beim nächsten video weil das werde ich sofort anfangen zu schneiden und zu drehen denn so etwas motiviert danke euch auf wieder bauen euer freund der blogs da